Niemals im Leben! Das hab ich! Ne! Es gab lange kein Opening mehr, was so crazy ist. Was ist gerade passiert? Das kann eines legit der besten Openings sein, die ich jemals hatte im Leben. Ich öffne heute ein ganzes Pre-Release-Kit-Display. 40 Booster, das neuesten Set Obsidian-Flammen in Deutsch. Oh, es ist so nice. Und diese werden jetzt gerippt. Glurak, das Covermon, ist hier. Und wir werden, sag ich euch, so wie es ist, heute hoffentlich die allererste Glurak 10. In meinem Display hatte ich nicht so das Glück. Schauen wir erstmal, welche Pre-Release-Promo wir bekommen. Flunkiefer? Ja, Togekiss sogar. Okay, sehr, sehr cool. Es gibt hier wieder vier Pre-Release-Promos, die wir alle sehen werden. Unter anderem haben wir auch den guten Perlefin hier drin. Also ein super Defi für Leute, die ihn nicht kennen. Togekiss. Und wir haben ja, wie auch schon gerade gesagt, Flunkiefer am Start. Das letzte verrate ich euch noch nicht. Aber auf jeden Fall auch eine coole Karte hier. Und zwar kann man, zieh so lange Karten, bis du 8 in deiner Hand hast und hast am Ende deines Zuges. Ob das so cool ist? Das finden wir später heraus. Aber wir gucken uns auch hier die Booster als auch das Deck an, um zu gucken, was für Karten da drin sind. Denn ich kann euch eine Sache sagen. Ich brauche einige Staples. Die werden hier vielleicht drin sein sogar. Aber ich brauche auch ein paar neuere Karten für meine Decks. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dieses Set hier zu öffnen. Wir werden auch wieder heute was verlosen. Dementsprechend bleibt dran. Wir werden hier heute definitiv was für euch auch wegballern. Wir haben ein Cesurio, Togepi und Lumi Flora in Fuller. Das startet doch mega. Sehr, sehr geile Karte. Mit Staubfeld kann man einfach sagen, jo, der Gegner hat nicht mehr als drei Pokken auf der Bank. Mega geile Karte. Highest Rarity. Dementsprechend finde ich schon mal sehr saftig. Schauen wir mal, wie wir hier gepullt hätten. Ey, wenn das hier mein Prulis-Kit gewesen wäre. Wie gut wäre ich gewesen? Oder wie gut hätte ich abgeschnitten? Also bisher Sichlor, sehr, sehr gut. Okay, wir haben einen Lumi Sposs. Und wir haben einen Delfinator. Also wir haben bisher die Kombo. Wir können spielen. Wir können spielen. Ich hätte es safe geworden. Weiter geht es hier. Gucken wir mal, ob wir das hier weitermachen können, Alter. Also bisher sage ich, jo, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt mit diesem Prulis-Kit. Taubst sie? Oh, let's go! Wir haben das Glurak-Alt-Art! Let's go! Let's go! Glurak-Alt-Art! Woo! Oh, mein Gott, da ist das noch eins! Zwei Gluraks in einem Booster! Das ist, glaube ich, das beste Pack, was ich jemals hatte! Alter! Was ist gerade passiert? Und dann! Ich bin sowas von raus! Hä? Hä? Was? Das kann doch nicht sein! Wie? Ich habe nur an der Seite so Sparkles gesehen, dachte mir so. Okay, wir haben eine Terra. Cool. Okay, wir haben zwei Terra. Und damit kann ich mein Deck spielen. Damit kann ich mein Glurak-Deck spielen! Oh mein Gott, ist das geil. Das ist die schönste Art Art, die ich seit langem in der Hand gehabt habe. Guckt euch die Flügel an. Guckt euch die Flügel an! Sehen die geil aus! Der ganze Körper! Boah! Alter, ey! Egaver, einer meiner absoluten Favorite-Artists ever! Hat auch die ganze Secret Race gemacht! Ins Crown-Scenit, die ganzen Goldkarten! Boah! Die Karte kristallisiert des Todes! Es ist ein 10 vor 10 Hardwork! Die Karte sieht in einem sehr guten Shape aus! Abgesehen natürlich da unten so ein bisschen Whitening! Aber hey! Meine Alt-Arts wären eh nicht gegradet! Die kommen in mein Bein da rein! Boah! Vielleicht bin ich auch so ein crazy-Dude im Spiel damit, ey! Wenn das Video über 5000 Likes bekommt, ich werde die Karte benutzen zum Spielen! Vor allem, dass wir noch ein Glurak! Mein allererstes Glurak war die Alt-Art, mein zweites war die normale! Wie krass ist das bitte? Hier auch sehr geil, der Kristall da unten halt! Ich finde den mega cool! Also den hier hätten wir so ruhig da auch machen können! Den finde ich sehr geil, auch da oben! Ist halt einfach eine mega geile Karte, vom Aussehen her, als auch vom Effekt her! Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du halt denkmal bis zu drei Basis-Energie-Karten durchsuchen und sie beliebig an deine Pokémon anlegen! Ich bin... Ich bin... Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Ich freue mich gerade mega! Cooles Privileg-Kit! Ich hoffe, das Opening hat euch gefallen! Spaß! Wir machen noch ein paar auf, aber ich weiß nicht, was ich gerade... Alter! Xerox-Ultra-Spielstack könnten wir auch spielen mit Taubsy! Also Taubsy ist super schön, der ist nicht spielstack, aber Xerox ist... Hilfe! Doch bevor wir mit dieser Action weitermachen, habe ich noch ganz andere Power für euch! Und zwar war ich dieses Jahr auf der Gamescom und habe viele von euch dort treffen können! Und das Ganze wäre ohne meinen Sponsor Honkai Starrell nicht möglich gewesen! Denn die haben mich einfach so gefragt, AyoZero, hättest du nicht Bock, bei unserem Hoyover-Stand aufzutreten, um deinen Zuschauer einfach so zu sehen auf einer riesigen Bühne? Und da konnte ich nicht anders als zu sagen, auf jeden Fall! Und auf und neben der Bühne gab es vieles, was man entdecken konnte. Neben Pompom, der einfach super knuffig ist, solange er mir einen Fünf-Sterne-Charakter gibt, waren auch einige Cosplayer vor Ort. Darunter auch die Trashcans. Und ja, das sind literally Mülleimer. Ich durfte sogar auf der riesigen Bühne gegen einen Zuschauer kämpfen und ich hab verloren. Ich hab sowas von verloren. Seele, ich liebe dich wirklich, aber das war einfach nicht unser Tag, um zu spielen. Aber neben Seele gibt es noch viele weitere Charaktere, mit denen man spielen kann. Es gibt auch wieder zwei neue Fünf-Sterne-Kämpfer in Honkai Starrell, die auf euch warten. Fuchsian ist ein Supporter, der gut einstecken kann. Wie ich auf der Bühne. Sieht ganz nice aus, aber mein neuer Star ist definitiv Impibitor Looney. Ich meine, schaut ihn euch doch einfach mal an. Alles um ihn, schreit einfach. Ich brauche ihn. Und falls ihr ihn nicht erkennen solltet, Spoiler an der Stelle, es ist eine Version des guten Denghang mit mehr Power. Bisher sind wir schon bei der neuesten Version 1.3 und es kommen immer weitere Updates. Ihr könnt das Ganze gerne auf dem PC, auf dem Handy oder sogar bald auf der Playstation konsolenübergreifend spielen. Neben wundervoller Musik, einer einzigartigen Story, könnt ihr vollkommen in das Fantasy-RPG abtauchen. Also, probiert Honkai Starrell gern mit dem Link in der Videobeschreibung aus oder mit dem eingeblendeten QR-Code. Und mit diesem Code bekommt ihr nochmal ein paar Bonus-Inhalte im Game. Also, gebt dem Ganzen eine Chance und checkt gerne Honkai Starrell ab. Guten Tag, sind Sie wach? Ich bin's auf jeden Fall. Wir gehen rein in das nächste Kit und wir haben hier diesmal Flunkkiefer. Sehr, sehr geil. Spezialverkoster, mega gute Fähigkeit. Jetzt gerade gegen die ganzen Mew-Decks oder Lugia-Decks mit Spezialenergien. Irgendwann eine gute Sache. Oder auch gegen die Triple-Reversal-Energy. Boah, nee. Hi, moin. Was geht? Na, ich bin, ich bin, ich bin platt. Kann mich anerkneifen, dass es gerade wirklich passiert ist? Ich weiß, dass die Pull-Rate sehr viel besser ist in Kamesin und Popo. Aber es ist halt immer noch für mich so eine Karte, die immer noch was sehr Besonderes ist. Und dementsprechend bin ich da immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich die gerade gezogen habe. Und das ist da Adria. Sehr geil, Alter. Ich will jede Adria aus dem Set haben. Und die sind alle so schön halt, ne? Also ich glaube, das war eines der besten Pre-Release-Kids, die ich geöffnet habe. Wir haben eine Fuller, wir haben eine Adria, wir haben Glurak zweimal. Also, joa, moin. Also das war schon sehr, sehr gut. Rechender Box-Hieb von Sairon. Egnivor. Stadtgeschäft, super geil. Und Hornweisel! Richtig geil! Auch eine wunderbare X, die ich gerne ziehen wollte. Ich glaube, die kann man gut spielen. 200 Schaden, lege drei Schadenmarkte auf jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners. Auf dem mindestens eine Schadenmarkte liegt, weil sonst wäre es ultra-broken. Das Set ist schon cool. Also es ist nicht, wie gesagt, so mega spielbar, aber es hat so viele coole Artworks halt. Comilia, roll it hier, Alter. Ich sag's euch so nice. Und ich weiß halt auch einfach nicht, was ich hier gerade noch ziehen möchte halt, weil ich hab mein Absolute Want jetzt schon. Mein Absolute Want ist durch. Set durchgespielt. LOL! Piii, ist ja auch noch drin. Sehr krass. Hat eine Character-Rare, beziehungsweise eine Art-Rare. Und die Karte. Zieh so lange, bis du sieben Karten in deiner Hand hast. Das ist halt auch wildstark, sag ich euch. Verkuli, gladiimperio, fragruz, mutiger Brief. Entei, Volnona hat auch eine Art-Rare. Und wieder Xerox. Ich sag's euch, Xerox wird eine gute Karte werden. Aber Xerox ist auch so einer meiner Favorite-Pokémon ever aus Generation 2. Genauso wie Nachtara halt. Das sind so Pokémon, die waren edgy, die waren cool und seitdem vergötter ich sie. Okay, wir haben ein Cold Soul. Wablu. Let's go! Let's go! Und wieder Entei. Aber hier, das Duell der Xerox, ne? Also wie in einem Anime, dass die sich gegenseitig anrennen. Der schlitzt, der schlitzt und er fällt zu Boden. Damals wie Glurak gegen Glurak im Anime. Das war das Traurigste, was ich jemals in meiner Kindheit gehabt habe. Ich will nicht sagen, ich seh Gold. Ich seh Gold. Wenn wir jetzt noch Glurak Gold ziehen, dann haben wir die EX, Altart und die Goldkarte. Wenn das passiert, ich weiß nicht, was ich mache. Ich kann euch nicht sagen, was ich mache. Aber wir haben eine Goldkarte hier. Es ist Balodin in Gold und darüber unten Lumi Flora EX. Junge, die Pullrate aus diesen Kids ist so broken, Alter. Ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Balodin in Fullart nehme ich ebenfalls, beziehungsweise in Gold. So eine gute, spielstarke Karte in Trasla, beziehungsweise in Gardevoir Decks. Und einfach super cool. Mit Litschonk! Komm schon, wir wollen diesmal... Ach, kein Pelophen wie dein Togekiss. Aber bisher, jedes Kid hatte irgendwie ein Highlight, ne? Das ist was. Da ist was! Das Bautz hat's angekündigt. Komm schon, Bautz. Flampevia. Bis Back. P. Poppy Altart. Und Kubuin in Fullart! Diese Double Troubles, die wir haben, ne? Double Bangers. Kubuin von Typ Feuer. Ultran Sane. Und Poppy Altart hier nochmal mit Patina Raja drauf. Junge, Alter, da rast dich aus. Da rast dich aus! Kubuin ist halt von Typ Feuer, kann aber Wassertanken einsetzen. Ähnlich wie Glurak von Typ Feuer. Ist von Typ Unlicht, kann aber mit Feuer angreifen. Das heißt, der hier macht zum Beispiel einen Pflanzen-Pokémon, sehr effektiv einen Schab, wenn es schwäche Feuer hat. Obwohl man den im Wasserdeck spielen kann, durch die Energie. Das ist halt sehr praktisch. Genauso wie beim Glurak halt. Delta Species hat es vorgemacht. Und ja, dass Pokémon das jetzt immer noch macht. Chapeau! Also es bietet sich ja mit der Terra halt. Das haben sie ja basically, so wie dieses Schülort hier sagt. Schül! Haben sie wirklich reingemacht, damit es halt ein geiles Feature ist! Mein Lieblings-Lavita! Let's go! Guckt ihn euch an, wie er hier den Dirt frisst. So süß. Und das erinnert mich so krass. So, so krass an eine Karte an meiner Kindheit. Warum ich dieses Artwork vergöttere. Wirklich. Wirklich, sag ich euch. Da will doch Delfinator! Der Held in deiner Welt. Oh, da ist es. Ihr seht richtig. 210 Abzug. Wenn dieses Pokémon, wenn er das Zug ist, nicht von deiner Bank in die aktive Position gewechselt ist, hat diese Attacke keine Auswirkung. Aber der macht halt einfach 210 für eine Entwicklung. Der muss halt getauscht werden. Ist in vielen Decks möglich. 210 Schaden, einfach so. Mit einem Phase 1. Das kann sehr mächtig werden. Pep! Ich hab mich doch nicht versehen. Hier sind wirklich Karten drin geprintet, die aus älteren Sets sind. Also ich hab das nicht verstanden, warum das so bei ein paar Karten war, die ich gesehen habe. Aber auch hier Rüpe von Team Star. Ich war mir da sehr sicher, dass die halt im Base-Set drinne waren. Und jetzt auch Pepper. Jetzt bin ich mir sehr, sehr sicher, dass hier Karten aus Karmazin und Popo halt geprintet sind. Und ich frage mich, warum Pokémon? Warum habt ihr hier Karten reingemacht, die eigentlich gar nicht reingehören? Die eigentlich aus einem anderen Set sind, wisst ihr? Hilfe! Das kann eines legit der besten Openings sein, die ich jemals hatte im Leben. Alt-Art-Gold-Normal in einem Pack. Wir haben Goldkarten. Wir haben Alt-Arts. Ach! Ne, das ist nochmal Despoter! Kann mir das einer erklären, was hier gerade passiert? Goldenes Glurak. Boah! Das sieht mega aus. Ich verstehe hier gerade gar nichts. Das ist legit das beste Opening, was ich jemals hatte halt. Ich weiß nicht, ob die Poolrate so broken ist, dass ich hier nichts entkriege. Aber was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ne, ich weiß nicht, was ich ziehen soll noch. Ich weiß es einfach. Noch eine Wand-Karte von mir. Full Art Horn Weisel. Gibt es keine Art davon. Brauche ich die Full Art 4, um die zu spielen. Jetzt habe ich beide. Alter, ich bin sprachlos. Ich bin legit sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nur straight up broken, was wir hier drin haben. Und wir haben noch. Wir haben noch. Ich werde dieses Opening hier zum Allerbesten of all time machen. Versteht ihr? Wegen Zero of Time. Ah, okay, schau. Pelophen. Nice. Delphinator ist am Start hier. So ein guter Boy. Was wollen wir noch haben? Schreibt es in die Kommentare rein. Ich weiß es selber nicht. Also, ja. Was wollen wir noch haben? Taubos? Nee. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Niemals im Leben. Das habe ich. Nee. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf Ansage. Pulle ich die Secret Taubos. Die zweitkrasseste One-Karte aus dem Set. Wir haben Gold-Glurak. Wir haben Alt-Art-Glurak. Wir haben Taubos-Ziege. Das wird mir kein Mensch glauben. Das wird mir kein Mensch glauben, was wir heute gemacht haben. Was hier heute passiert. Ich glaube, die Kamera ist auch gerade verrutscht, weil ich gerade so ausgerastet bin. Es gab lange kein Opening mehr, was so crazy ist. Taubos Alt-Art. Junge. Schnelle Suche. Wonach wollen wir suchen, Taubos? Sag es mir. Alt-Art. Auf Route 18. Am Fliegen. Weil man hier nicht mehr weiterkommt. Pixi haben wir ja auch noch am Start. Was soll ich bitte noch machen? Welche Karte brauche ich denn sonst noch aus dem Set? Ne. Greta. Art Rare. Kubuin. Kubuin in Secret Rare. Das Full-Art Glurak haben wir noch nicht. Schlecht Zero. Also, dass man nur drei von vier Gluraks in einem Opening hat. Schlecht. Wir haben noch, ich glaube, 20 Booster Packs jetzt. Schauen wir rein. Vielleicht ziehen wir ja wirklich noch die Karten, die uns fehlen. Welche fehlen uns noch? Kubuin. In Alt-Art. Nach Tal haben wir hier. Bruder. Bobby. Averly. Hilfe. Das Set der Sets für Sammler ist da. Und ich spiele es innerhalb von ein paar Sekunden durch. Der Delfinator, der glaubt auch hier, Bruder, du brauchst einen Helden. Ne, Alter. Ich glaube, ich bin der Held. Nur eine kleine Story für euch. Wir haben heute die 500.000 Abonnenten geknackt. Heute Morgen. Vor drei Stunden. Also, ich nehme dieses Video gerade zu dem Zeitpunkt auf. Und so ein Geschenk zu bekommen mit so vielen coolen Karten oder ähnliches, ist für mich gerade das Schönste, was ich bekommen kann in meinem TCG-Leben. Ich bin gerade einfach nur so glücklich, dass ich diese Karten hier alle spielen und sammeln kann. Wisst ihr, ich habe... Es ist nicht nur so, ich öffne diese Packs für mich und habe Spaß damit oder verkaufe Karten oder sonst was so vielleicht, sondern... Nein, ich spiele mit den Karten. Ich sammle die Karten und sonst was. Und deswegen ist es für mich nochmal was ganz anderes. Und so was super Besonderes für mich, weil ich lerne oder weiß, diese Karten so zu schätzen. Also, natürlich habe ich sie auch bezahlt. LOL. Also, ich habe sehr viel Geld für dieses Case bezahlt. Aber, ja, I don't know. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine halt. Es ist absolut crazy halt einfach hier diesen Moment gerade zu appreciieren. Und ich glaube, ich werde in zehn Jahren noch diesen Moment hier fühlen. Und euch, glaube ich, mitteilen können, wie verrückt das hier eigentlich gerade ist, was passiert. Okay, okay, okay. Schauen wir mal rein hier, was wir hier noch haben halt. Also, ich wollte euch eigentlich ein dickes Mattenpaket verlosen. Also, ich wollte nochmal drei Matten verlosen an euch. Könnt ihr gerne gewinnen. Schreibt dafür gerne in die Kommentare, wie... Oder glaubt ihr, dass es der surrealste Moment ist, den wir jemals hier auf YouTube hatten halt? Mit dem Puls, die wir haben nochmal LumiFlora hier im Fullert, Alter. Nice. Aber nee, wir verlosen dreimal Matten. Und, ja. Boah, nee. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Legit, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich dieses Opening hier weiter irgend... Ich weiß nicht. Ich... Es tut mir schon fast schon weh, dieses Opening hier weiter aufzunehmen. Was ist das bitte? Taubos, Secret Rear, das zweite Mal. Ich brauche Hilfe. Bitte hilf mir doch, Taubsi. Ja, auch nochmal am Start auf Route 1. Hier hat alles angefangen. Das passiert nicht alle Tage, was wir heute hier gemacht haben in diesem Opening. Wir machen weiter mit Knattertatox, dem Rennfahrer. Komm schon. Renn, 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 Renn. Wo rennen wir hin? Was soll das? Kann mir das einer erzählen? Das ist das zweite hier. Und zweimal Taubos, zweimal Glurak. Dieses Opening ist Ende.